Die Dirick Holding AG aus Augsburg ist Preisträger der German Stevie Awards 2019. Die Internationale Textil- und Immobiliengruppe gewinnt einen Silber Stevie Award für das beste Wirtschaftsbuch. Stoff für Augsburg feiert Diricks 100-jährige Unternehmensgeschichte. Heute bei uns, um den Silber Stevie Award entgegenzunehmen, ist Vorstand Benjamin Dirick. Ja, vielen Dank. Der erste Dank von mir geht natürlich an die Jury dafür, dass sie uns ausgezeichnet haben für dieses Buch, das wir geschrieben haben. Das Buch ist eine Hommage an unsere Heimatstadt Augsburg, in der wir seit jetzt 100 Jahren und letztes Jahr 100 Jahre waren. Und eine Hommage an die Geschichte unserer Firma, einer Familienfirma, die ursprünglich aus Schlesien kommt. Und ich möchte mich sehr bedanken bei denjenigen, die mitgewirkt haben, nämlich meinem Vetter Christian Dirick und meiner Cousine Ellen Lingels Dirick, die viele Wochenenden mit mir verbracht haben, dieses Buch zu schreiben, unserem Hauptschreiber Hans Pöllmann, der Agentur Liquid, dem Verlag der Vegamedien, der das Buch gedruckt hat. Und zu guter Letzt und sehr, sehr wichtig, meiner Frau Sarah, die viele Wochenenden auf mich verzichtet hat dafür. Dankeschön. 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 Dankeschön.